Kürzlich war ich zum Angelurlaub in der Elbmarsch. Landschaftlich garantiert mit das Schönste, was man überhaupt in Deutschland sehen kann. Zentral zwischen Lüneburg und Hamburg gelegen ist es einfach eine absolut menschenleere Top-Landschaft mit wunderschönen Wiesen, Buhenfeldern, Sportboothäfen und vor allem richtig dicken Zander. Das ganze Video findet ihr jetzt auf diesem Kanal.